Hackathon ist eine Veranstaltung, an dem junge Leute drei Tage lang sich in Probleme reinfräsen und in einem Marathon-Hack 48 Stunden lang Ideen ausprobieren, Lösungen generieren und diese Lösungen in einem kleinen Publikum präsentieren. Die Stimmung finde ich am Hackathon schon kranios, die alle miteinander arbeiten, es gibt zwar irgendwie schon eine Konkurrenz, weil es einen Sachpreis gibt, aber es arbeiten alle Teams dennoch zusammen. Einfach ein super geiles Event. Im besten gefällt mir hier, dass alle sehr offen miteinander arbeiten können und dass wir mit allen möglichen Leuten in Kontakt stehen können. Ich denke, meine Motivation ist zuerst zu lernen, wie zu kodieren und zu programmieren, weil ich keine Erfahrung hatte. Und ich denke, es ist auch wichtig, zu lernen, wie Team-Bilding, deine Ideen zu entwickeln oder auch zu designen, etwas aus dem Herzen und dann zu präsentieren. Und das ist etwas, das ich oft nicht die Möglichkeit habe, zu machen. Wir haben einen, weil er eher so viel, das ist. Das ist eine reale Probleme für Business. Und wir können es helfen und helfen Menschen. Wir müssen helfen, die Ressourcen, die Geld und helfen helfen. Dann wird es sogar die Umwelt beschränkt. Vielen Dank.